Hallo, ich möchte Ihnen hier das neue Apple iPhone 5 zeigen, welches jetzt Ende September bei der Telekom erstmals ausgeliefert wurde. Wir haben unser Gerät heute am Samstag erhalten und ich möchte Ihnen hier erst einmal den Lieferumfang zeigen. Erster Hinweis auch schon direkt auf der Verpackung des neuen iPhone 5 ist, dass Sie dieses nur mit einer Nano-SIM-Karte betreiben können. Die bekommen Sie dann automatisch mit einem Neuvertrag oder auch bei einer Vertragsverlängung von der Telekom zugeschickt. Was ist eine Nano-SIM? Ich habe hier mal zum Vergleich, das ist eine Mini-SIM von einem Smartphone vorher. Das ist die Nano-SIM. Dazwischendrin gab es ja noch die Micro-SIM, die ich jetzt hier gerade nicht habe. Aber man sieht schon, wie klein diese SIM-Karte geworden ist. Es ist dünner geworden auch. Das heißt also irgendwie mit zuschneiden, wie es früher mal ging, das funktioniert beim iPhone 5 nicht mehr. Sie müssen tatsächlich einfach sich die Nano-SIM besorgen. So, nun schauen wir mal, was drin ist beim iPhone. Wir haben hier das neue Gerät, das iPhone 5. Beim rausnehmen merkt man auch direkt, dass es deutlich leichter gegenüber vorher geworden ist. Zum Vergleich habe ich hier nochmal ein iPhone 4 liegen. Man sieht, wenn man die nebeneinander hält, dass das iPhone 5 höher geworden ist. Das heißt also, das Display ist größer geworden. Das iPhone 4 hatte ja noch ein 3,5-Zoll-Display und das iPhone 5 hat bereits ein 4-Zoll-Retidan-Display mit einer besonders hohen Bildauflösung. Das heißt, für das menschliche Auge sind beim iPhone 5 die Pixel gar nicht mehr zu sehen. Ja, auch wenn ich sie übereinander halte, sieht man sehr gut, dass beide Geräte gleich schmal geblieben sind. Sowohl iPhone 4 als 5 liegen sehr gut in der Hand dadurch. Wenn ich jetzt hier nebeneinander halte, da sieht man sehr gut, dass das iPhone 5 nochmals dünner geworden ist als das iPhone 4. Und zum Vergleich habe ich hier auch nochmal ein iPhone 3G. Und man sieht hier wirklich diese Weiterentwicklung, dass jedes Gerät immer wieder dünner wird, was durch verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel auch die Nano-SIM-Karte erreicht wird. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir die Rückseite mit der neuen Eye-Sight-Kamera, mit der man auch Panorama-Fotos machen kann. Das Gerät gibt es in schwarz oder in weiß. Dann mit dem Lieferumfang enthalten ist hier die Anleitung und hier liegt auch so eine kleine Stecknadel mit dabei, mit der Sie die SIM-Karte dann ins Gerät einlegen können oder auch diese wieder entnehmen können. Dann haben wir hier den Netzstecker, um das Gerät am Stromnetz zu betreiben. Dann hier den neuen Apple Lightning-Connector. Hier sieht man sehr schön, dass dieser sehr klein geworden ist. Also das ist im Prinzip der Adapter, um das iPhone mit dem Computer oder auch mit dem Stromnetz zu verbinden. Der ist hier beidseitig verwendbar. Das heißt, er ist auf beiden Seiten identisch. Sie können den hier jetzt einfach am Gerät einstecken, egal wie rum. Und Sie sehen auch, wie schmal der im Vergleich zum alten iPhone ist. Ich würde jetzt hier mal das iPhone 4 nochmal zum Vergleich. Da sehen Sie hier zum einen, dass der Stecker nicht von beiden Seiten geht, sondern nur von der einen Seite. Und auch hier nochmal wirklich im Vergleich, dass dieser deutlich schmaler geworden ist. Nachdem natürlich, wenn Sie iPhone-Zubehör vom alten Gerät haben, können Sie das so ohne weiteres nicht mehr betreiben, sondern Sie müssen sich dann entsprechende Adapter kaufen, um das alte Zubehör auch mit dem iPhone 5 zu verwenden. Und letzter Teil des Lieferumfangs vom iPhone 5 sind die neuen Apple Earpods. Das sind neu designte Kopfhörer, die sich besser dem menschlichen Ohr anpassen sollen, also einen höheren Tragekomfort haben und gleichzeitig auch im Sound nochmal optimiert wurden, dass Sie noch bessere Musik hören können. Das ist der Lieferumfang vom iPhone 5. Sie erhalten das Gerät bei der Telekom, zum Beispiel mit den Complete-Mobil- oder Call-and-Surf-Mobil-Tarifen, zum besonders günstigen Vorzugspreis. Sie können wählen, ob Sie das schwarze oder das weiße Gerät wünschen und ob Sie das iPhone 5 mit 16, 32 oder 64 GB haben möchten.